Die Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken läuft in heimischen Städten, aber auch online auf Hochtouren. Was für die Liebsten gut gemeint ist, kann bei knappem Budget schnell zur Schuldenfalle werden. Und in die tappen in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen. Die hohe Inflationsrate und gestiegene Lebenshaltungskosten hätten Iris dazu beigetragen. Es ist natürlich schon so, dass wir auch sehr stark umgeben sind von sehr vielen Kaufanreizen. Es wird immer versucht, uns was zu verkaufen. Es beginnt schon im sehr kleinen Alter. Bei Kindern, die einfach auch schon sehr heftig umworben werden. Und das schreibt sie natürlich dann fort. Und wir definieren uns sehr viel über Konsum mittlerweile. Also wir sind, was wir kaufen, so ein Stück weit. Und vor allem Konsumschulden sind meistens variabel verzinst. Das heißt, da steckt man dann wirklich in einer ganz enormen Belastung drinnen. Und wenn große Versandhäuser über 20 Prozent Zinsen verlangen, dann kann sich das schnell verdoppeln. Rund 4.100 Neuzugänge verzeichnet man heuer bei der Schuldnerhilfe und der Schuldnerberatung. Das sind knapp 500 mehr als im Jahr davor. Mit einer gemeinsamen Vorweihnachtskampagne wollen das Land Oberösterreich und die heimischen Schuldnerberatungen nun das Bewusstsein schärfen. Damit der Geschenkeberg nicht zum Schuldnerberg wird, wo es sechs ganz konkrete Tipps gibt, quasi, die man sich selbst mitnehmen kann. Was kann ich selbst tun? Welchen Tipp kann ich selbst befolgen, dass genau dieser Schuldnerberg auf meinem Konto nicht entsteht? Online-Angebote wie jetzt kaufen, später zahlen, Black-Friday-Deals oder auch klassische Influencer-Werbung bringen alle Jahre wieder viele Menschen in Zahlungsschwierigkeiten und mittelfristig in die Überschuldung. Durch Social Media kommen neue Verschuldungsformen dazu. Es gibt so eine verrückte TikTok-Challenge, ich sage jetzt die Bank nicht dazu, wo man sich outet, wie viele Schulden man bei dieser Bank hat und das auch noch toll findet. Das ist ein relativ neuer Bereich, der uns bisher etwas zu wenig bewusst war und da steigen wir jetzt mit dieser Medienkampagne auch verstärkt ein. Bestellungen per Mausklick oder ein Spontankauf im Geschäft dauern nur wenige Sekunden. Ist man aber einmal in die Schuldenfalle getappt, kann es Monate oder gar Jahre dauern, bis man seine Finanzen wieder im Griff hat. Nein, das hängt schon ein bisschen davon ab, wie weit fortgeschritten das Ganze ist, aber ich glaube, man kann sagen, so lange es gedauert hat, bis man zur Schuldnerberatung kommt, und so lange wird es auch dauern, bis man wieder rauskommt. Also das ist einfach, je früher ich reagiere, desto besser. Generell gelte, je knapper das Budget, desto wichtiger sei eine gute Planung. Wird es finanziell eng und der Schuldenberg zu hoch, unterstützen die staatlich anerkannten Schuldnerberatungen kostenfrei und vertraulich. Wir bieten auch Budgetberatungen an, man muss nicht einmal ein Schuldenproblem haben, wenn man zu uns kommt. Wann kommen die Leute erfahrungsgemäß, und ich kann das seit mit Berufserfahrung 35 Jahre berichten, dann, wenn es extern wirklich wehtut, wenn das Girokonto gesperrt ist, wenn der Gerichtsvollzieher die Wohnung leer räumt. Die Experten raten in jedem Fall dazu, Ratenzahlungen zu vermeiden. Ebenso mache es Sinn, vor dem Weihnachtseinkauf ein konkretes Budget festzulegen. Außerdem Rechnung aufheben für eine eventuelle Rückgabe. Rückgabe HusDemun bt Berebbe Bebe 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 Bebe